Und hallo mal wieder zu einem neuen Video. Ich möchte heuer Balloons spielen. Nein. Gut. Äh ja. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja. Ich wusste jetzt nicht mehr, was ich früher als am Anfang gesagt hab. Ich mach das eigentlich immer so spontan. Also wenn ich gerade Lust hab, ein Video zu machen. Es ist jetzt mehr so halbwegs, aber trotzdem ist es halbwegs halt gewollt. Deswegen bin ich jetzt nicht so schlimm drauf. Ja. So. Ich mach etwas lauter. Englisch. Tror. Ja. 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 Egal. Diesmal soll es ich gewesen sein. Ich schicke dem Gegner ein paar Balloons. Ein paar Balloons. Ein paar Balloons tun gut. Wie oft müssen die denn da durchkommen, bis sie mal endlich fertig sind, ey. Könnte man ja vorher das kotzen. Auf den armen Affen muss er Feuer geben. Einfach nur fies, weißt du. Nein, das ist ganz okay. Ach komm, ich brauch 3000. 10,000. Und... Scheiße, nein. Ich hab noch WLAN. Ich hab nicht disconnected. Och, Leute. Ich krieg schon wieder das Katzen. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Cousin spiele und ich in Ark sterbe, ich krieg's kotzen. Jedes Mal, wenn irgendein Feind cheatet, ich krieg's kotzen. Und hier, wenn irgendein Post mal wieder disconnected. Geil, ich hab gewonnen. Eigentlich unverdient. English, 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 English. Äh, ne. Ich will keine Werbung. Ich weiß gar nicht, wie man in seinen Videos Werbung gang macht. Naja, eigentlich muss man ja einen Vertrag machen, aber... Das regt mich irgendwie richtig auf, dass da immer Werbung kommt und ich hab mir die Videos mal angesehen. Es sieht einfach nur Scheiße aus. Und das ist einfach nur... Und das ist halt Scheiße. So, jetzt hab ich eine Frage an euch. So, jetzt hab ich eine Frage an euch. Soll ich den Monkey verbessern? Also den Monkey Apprentice, was auch immer. Wie auch immer. Das hier verbessern? Oder... Also das Schiff verbessern? Oder den hier? Oder den mit dem Flugzeug? Oder den Super? Oder den Super? Ich... Ich geb eine große Auswahl. Äh, 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 äh. Oder den Heli? Oder den da? Oder... Ah, ne. Scheiße, die hab ich ja alle noch nicht. Ah, ha, 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 ha! Ich hab mir gerade vor den Kopf gestoßen, Leute. Ja, das ist so geil. Ah... Ach, Mensch. Das ist ein gutes Video, wisst ihr. Ah, voll gutes. Ah, ha, ha, ha. Was ist los? Jetzt hat sich mein WLon verabschiedet. Ah, Mann. Ich will doch gar nichts zeigen. Ah, nein. und da bin ich wieder es sieht so aus als wäre es nie auseinander gewesen war es auch nicht ich habe einfach nur kurz die aufnahme gestoppt habe das wlan neu gestartet und dann habe ich es weiter laufen lassen ja da seht ihr es ein geheimnis ein dunkles geheimnis eigentlich wäre das schön geil wenn das war man das scheiße nein Nein! Oh komm! Leck mich! Mann! Oh cool, den kann ich ja ganz aufleveln. Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Au! Und ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Immer noch. Und ich warte immer noch. Und ich warte immer noch. Nein, das Ding ist gut. So Leute, ich versuche was zu reißen. Ich versuche diesmal wirklich was zu reißen. Oh, Atom! Was ist denn mit dem los? Oh, dachte derjenige, ich wäre schwach. Jetzt schicke ich dem mal was. Ich glaube langsam, dass der schlecht ist. Nein, eigentlich ist es auch nicht schlecht. Komm, 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 zieh, zieh, zieh! Ich brauche die Camo-Farben. Entschuldigung Leute, ich bin gerade voll... So Leute, ich... Es gab... war irgendein Gespräch oder so? Ja, ich... auf jeden Fall kam was wichtiges und... Ja, dooferweise... Das ist das letzte jetzt gewesen. Und ja, das Spiel ist dann auch... Das Teil hat sich disconnected, deswegen ja... Tschüss! Abonniert mich nicht! Nein! Abonniert mich, wenn ihr wollt! Und benachrichtigt... Benachrichtigt werden... Benachrichtigt werden wollt! Wenn ihr... Wenn ein neues Video von mir rauskommt und... Liked mich, wenn es euch gefallen hat!